An diesem Samstag öffnet die 21. Berufsmesse in Spremberg. Das Handwerk präsentiert über 100 freie Ausbildungsplätze. Trotz des bereits begonnenen Ausbildungsjahres ist es noch nicht zu spät, eine Karriere im Handwerk zu starten. Vor Ort gibt es auch wieder eine Probierstraße. Dort können die Jugendlichen ihre Fähigkeiten als Dachdecker, Maurer oder Metallbauer testen. Die Nachvermittlungen für diese Lehrstellen laufen noch bis in den Oktober hinein. Die Messe findet in der berufsorientierenden Oberschule Spremberg von 9 bis 12 Uhr statt.